Musik Herzlich Willkommen zur neuen Folge des Rundum-Podcasts. Diesmal zu einem speziellen Thema, nämlich zu den wunderbaren, tollen, genialen oder doch absolut grottigen, wir werden sehen, Städtesimulationsspiel SimCity. Ich bin natürlich nicht alleine, also nicht nur ich, Phil, sondern ich habe auch einen tollen Gast dabei. Ja, ich bin's, der Lukas alias Wolfsterror, der sich mit dir, glaube ich, mehr oder weniger unterhalten wird. Ja, das werden wir sehen. Ich habe dich eigentlich nur so als Statist, damit ich dich immer schon im Videochat sehen kann. Nein, also, ja, wenn ich mich recht erinnere, wurde SimCity, also das aktuelle SimCity, ja, letztes Jahr auf der E3 angekündigt, oder? Äh, ich glaube auch, dass es auf der E3 angemeldet wurde, angezeigt wurde. Und dass es auf der Amerikaner durch. E3? Ja, also, äh, äh, äh. Ähm, wirklich bewusst geworden ist es mir aber erst zu Gamescom. Ah ja, warum? Weil ich nicht da war und ich gucke halt immer so, ähm, was denn so auf der Gamescom los war und welche Ankündigungen und so weiter und so fort. Und da ist mir dann SimCity wirklich ins Auge gesprungen. Bei mir war es so, ich habe, ähm, ich erinnere mich noch, ähm, das war irgendwann mitten in der Nacht, da hat EA seine Pressekonferenz gemacht und ich bin so halb eingeschlafen und dann plötzlich, neue SimCity! Und ihr könnt euch jetzt für den Beta-Test bewerben! Und ich so, geil! Auf Mac, ah, keine Mac-Version geplant. Dann, mitten in der Nacht, an dem PC, registrieren, registrieren, registriert. Und dann war bei mir lange Zeit nichts mehr, ich habe nichts mehr von SimCity mitgekriegt. Bis dann irgendwie vor ein, zwei Monaten, war es etwa, der Beta-Test kurz vor der Tür stand. Und die Beta-Test-Einladungen rausgeflogen sind. Wie war es bei dir? Ja, wirklich, wirklich, wirklich rausgeflogen, kann man ja jetzt auch nicht sagen. Die sind ja eher sporadisch rausgegeben worden. Ja, okay, ich habe meine gewonnen. Ja, bei mir war es halt im Grunde nicht anders. Ich habe so SimCity gesehen und habe gesagt, ja, SimCity, oh, das hättest du ja schon gerne. Habe mir dann so die Trailer dazu angeguckt, dann haben sie ja, auf YouTube haben sie zwischenzeitlich den Strategy Guide hochgeladen, wo ein bisschen was für SimCity unterhalten wurde. Und je mehr ich geschaut habe, desto mehr hatte ich eigentlich auch Bock auf dieses Spiel. Und ich liebe generell Aufbausimulationen. Und sagte, ah ja, okay. Und dann habe ich es Anfang des Jahres, Ende Januar, irgendwo da so ging, habe ich es dann vorbestellt. Und dann auch wieder nichts gehört, immer so YouTube und immer noch nichts Neues. Und dann kam halt auch die Beta in Weiz raus. Und das war dann für mich so... Ja, also bei mir war es im Prinzip so, ich habe die Beta gespielt, da können wir gerade ein bisschen auf die Beta eingehen. Im Prinzip war die Beta nichts anderes als das jetzige Tutorial, was man hat. Ja. Also, und ich muss sagen, mit der Beta ging es wunderbar. Hat also auch keinen negativen Eindruck hinterlassen, so wie es jetzt mittlerweile bei einigen eher negativen Eindruck hinterlassen hat. Weil die Beta war eigentlich, oder das Tutorial ist ja so ausgelegt, dass du eine Art Story-Modus hast. Du hast eine eigene Stadt, die du halt verbessern kannst, kleine Geschichte. Und okay, es war eine Beta, deshalb ist man ja davon ausgegangen, okay, kein Problem. Das ist klar, dass es online ist, weil die wollen ja ihre Daten testen und eventuell die Server. Und ich muss sagen, das ging reibungslos über das Wochenende. Okay, also, ich weiß nicht, irgendwie hast du dann was richtig gemacht. Also, ich habe, als ich meinen Beta-Invite bekommen habe, der erste Tag war eigentlich grottig für mich. Die hatten ja da zu dem Zeitpunkt schon diese Warteschleife eingebaut, so, ja, warte bitte 20 Minuten, bis du auf den Server kommst. Das war dann, ich warte die 20 Minuten, bin schon richtig, will wirklich spielen. Und warte dann nochmal 20 Minuten, darf dann nochmal 20 Minuten warten. Und ich habe, glaube ich, zwei Stunden in dieser blöden Warteschleife gehangen, bis ich dann endlich mal auf den Server kam, um dann das Tutorial spielen zu können. Also, ich glaube, ich habe insgesamt mal fünf Minuten gewartet. Also, ich hatte da irgendwie Glück. Wahrscheinlich bin ich dann gerade irgendwie zu Zeiten, ich bin auch nicht irgendwie mitten in der Nacht reingegangen, sondern relativ früh morgens. Wahrscheinlich habe ich da die Amerikaner irgendwie gerade abgehängt gehabt oder so, weiß nicht, woran es lag. Also, ich hatte relativ viel Glück. Ja, gut, das muss ich zu mir sagen, also, ich hatte es versucht, gegen Abend hin. Ja, da kann es natürlich sein, dass es dann gerade, wo die Amerikaner dann aufstehen oder Mittag haben, dass es da dann die Hauptzeit ist. Ja, oder mal gerade die Deutschen, die dann auch von der Collectors oder Limited Edition den Key gekriegt haben, die dann auch versuchen, reinzukommen. Das wird es auch wahrscheinlich sein. So, du hast jetzt schon gesagt, es gibt, was hast du für eine Edition gekauft, Limited, Normal? Ich habe die Amazon Collectors Edition gekauft. Ich habe ja die wunderbare Origins Deluxe Edition mit den Sonderstädten Paris, London, Berlin. Ja, ich habe nur Berlin. Ja, also, was es damit auf sich hat und ob sich da dieser Mehrwert von nochmal 70 Euro extra, kommen wir vielleicht auch später dazu. Aber jetzt erstmal zum eigentlichen Spiel. Was macht SimCity? Was ist daran noch SimCity? Und was ist anders als beim klassischen SimCity? Also, ich hätte jetzt verschiedene Anhaltspunkte, wo ich darauf eingehen könnte. Also, jetzt musst du entscheiden, ob ich erst mit dem Schlechten anfange oder erst mit dem Guten. Fang erstmal mit dem Positiven an. Also, das, was ich generell mag, ist es erstmal ein Aufbauspiel. Also, ein Aufbauspiel ist schon mal, SimCity entspricht meinen Erwartungen zu einem Aufbauspiel. Das heißt, ich baue Straßen, ich baue Bezirke im Grunde, ich baue Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei. Also, es ist schon eine durchaus attraktive und wirklich hübsch ansehnliche Aufbausimulation, die durchaus, ja, Mehrwert hat. Man muss schon gucken, ja, wo baue ich jetzt meine Feuerwehr hin? Baue ich noch eine zweite Feuerwehr? Wo setze ich mein Gewerbegebiet hin? Wo setze ich die Industrie hin? Also, es ist schon recht anspruchsvoll, wie ich finde. Trotzdem immer noch einsteigerfreundlich, gerade durch das Tutorial, was ja durchaus schon ein bisschen was erklärt. Und die Vielfalt, die mir SimCity da bietet, die finde ich eigentlich, das ist, das ist schön. Gut, dann kommen wir gleich mal zu den negativen Aspekten, die du... Ja, also, da muss ich ein bisschen auf die frühere SimCity-Reihe vorgreifen. So, SimCity 4 ist ja noch unter anderem das aktuellste... 2003, glaube ich, oder? Ja, ich glaube 2003. Also, jetzt immer zehn Jahre alt. Ja, genau, irgendwie so zehn Jahre alt. Und das erste ist, glaube ich, 18 Jahre alt. Ja, zehn. Und, ähm, also die Karten sind klein. Mhm. Also, die sind wirklich, also im Verhältnis zu SimCity 4 ist, sind die Karten von SimCity, es ist ja jetzt im Grunde fünf, ähm, schon wirklich klein. Das macht natürlich wieder, man muss ein bisschen mehr nachdenken, wo baue ich was hin, ähm, Windrichtung beachten, wo ist die Kohle, wo ist das Öl, wo ist das Erz, etc. Wo will ich Touristen haben, ähm, das ist also, da muss man schon, also, wenn man einfach nur reingeht, spielen will, ist das nicht ganz so lukrativ. Man muss schon wirklich nachdenken und wirklich planen, wie baue ich was. Ähm, das war bei SimCity 4 im Grunde ja nicht so. Du hattest ja riesengroße Karten, in denen du ja wirklich im Grunde alles machen konntest, ähm, und da hat so ein einzelner kleiner Tordano nicht gerade mal die, äh, halbe Stadt ausgesägt. Bei SimCity 5, oder bei dem neuen SimCity, äh, ist es ja jetzt doch durchaus so, durch die kleinen Karten, ähm, muss man viel mehr nachdenken, man muss auslagern, man muss, ähm, ja, also das ist, äh, äh, äh... Rede weiter, du brauchst den Chat nicht lesen. Ähm... Das kannst du nachher, wenn ich rede. Ja, das ist so, ping, ping, nee, aber, ähm, deswegen, also die Karten sind klein, ähm, das Straßennetz funktioniert nicht hundertprozentig, und, ähm, da werden wir sicher gleich noch drauf kommen, ähm, so, ja, online mäßig. Also, was ich jetzt toll finde, ist eigentlich die Sache, dass es so klein ist. Also, ich finde eigentlich eine Stärke in dem Spiel, weil, ähm, ähm, du bist weniger ein Städte-Erschaffer, so wie du bei den anderen, ähm, SimCities warst, sondern, ich habe das auch irgendwo schon mal gehört, du bist jetzt eher der Sim-Manager. Also, du managst jetzt eher die Stadt, und ich komme mir da wirklich viel stärker vor wie den Bürgermeister, der wirklich nachher eine laufende Stadt am Laufen halten muss, ähm, und das ist auch eine der Sachen, die mir zum Teil etwas schwerer fallen. Da kommen wir vielleicht nachher später, wenn wir mal ein bisschen zu den Anekdoten kommen, äh, die uns so im Laufe des Spieles geschehen sind, kommen wir da vielleicht auch dazu, äh, was für Katastrophen ich da heraufbeschworen habe durch meine eigene Schuld. Aber, also, es kommt mehr dieser Manager-Aspekt, weil bei den alten SimCities war es immer so, okay, wenn ich, äh, wenn diese Ecke da von meiner Stadt, äh, von meiner Karte funktioniert, dann gehe ich zur nächsten Ecke und lasse die eigentlich in Ruhe. Und das geht bei SimCity nicht mehr. Du musst im Prinzip überall dein Auge hinwerfen. Sagt man das so? Auge hinwerfen? Du musst alles betrachten. Genau, alles betrachten. Und ich denke mal, wenn du da so eine große Karte hättest, die einfach über mehrere Bildschirme hinweg geht, das kriegst du gar nicht hin. Außerdem kommt dir da dieser Wuselfaktor. Also, ich finde es einfach schön, einfach der Stadt zuzuschauen. Die sieht eigentlich, oder könnte wunderschön aussehen. Warum sie das dann nachher trotzdem nicht komplett tut, das ist jetzt eine Sache, die wahrscheinlich einfach bei mir und meiner wunderbaren Zusammenstellung eines PCs liegt. Da kommen wir aber wahrscheinlich auch später bei meinen Problemen dazu. Also, das finde ich eigentlich eine der Gestärken, dass du dieses Management-System hast. Was ich dann auch schön finde, ist zum Beispiel, dass du die Möglichkeit hast, eigene Straßennetze und so weiter zu bauen. Also, dass du gekürbte Straßen, Serpentinen und so weiter hast. Was allerdings das Problem ist, es ist uneffektiv wie sonst was. Also, sobald du irgendwo eine Krümmung drin hast, bringt es im Prinzip nichts mehr. Du verbaust dir deinen eh schon beschränkten Plan. Es sieht zwar toll aus, hat aber eigentlich keinen Einfluss. Ich meine, es würde was bringen, wenn du jetzt sagen würdest, okay, die Straße ist zwar gekürbt, du kannst dann keine zu großen Gebäude bauen, aber es hat eine schöne Optik. Und diese Optik würde dann vielleicht das Gleiche bringen, wie wenn man einen Park irgendwo baut. Und dadurch vielleicht die, also es ist ja im Prinzip so aufgebaut, es gibt drei Bevölkerungsschichten. Die untere, etwas finanzschwächere Schicht, die so im Bruchbuden lebt. Also, anfangs sogar in irgendwelchen Wohnmobilen und so weiter. Dann kommt die mittlere Einkommensschicht und dann nachher natürlich die heiße Seite. Und es gibt drei unterschiedliche Dichte-Faktoren. Also, es gibt dann die, also alle diese drei Wohlstandsstufen können dann wieder noch in drei Ausbaustufen vorkommen. Nämlich unterste Ausbaustufe, die dann, wo dann nur ein einziges Haus haben, bis zum großen Wolkenkratzer. Wo dann halt die heiße Seite drin ist. Das wiederum ist an die Straßen gesetzt. Und das finde ich auch toll, dass im Prinzip alles über die Straßen läuft. Also, es ist nicht mehr so wie in den alten SimCities, dass du dein Stromnetz separat bauen musstest, dein Abwassersystem oder Frischwassersystem separat bauen musstest und dann noch eine Straße. Sondern jetzt läuft alles an den Straßen. Das heißt, wenn ein Haus an der Straße angeschlossen ist, kriegt das auch alles mit. Das ist ungefähr so wie, ja, das ist fast schon das europäische oder das deutsche System. Bei uns ist es ja auch so, wenn du an der Straße wohnst, hast du eigentlich deinen Wasseranschluss und dein Abwasseranschluss und meistens auch deinen Strom. Heutzutage bei uns läuft ja kaum noch Strom überirdisch. Na, das stimmt. Das ist, finde ich jetzt so gesehen, revolutionär, weil das ist etwas, was eigentlich dem amerikanischen Städteprinzip total zuwiderläuft. In Amerika ist es immer noch so, alles muss oberirdisch langlaufen und alles separat. Das ist, finde ich, ist da schon ein sehr fortschrittlicher Gedanke, dass alles unterirdisch an den Straßen langgebaut wird. So, wie es ja eigentlich bei uns mittlerweile ja auch ist. Also, wenn man eine schnelle Straße baut, sind da gleich alle Rohre verlegt. Was ich auch interessant finde, ist, dass man eben diese Straßen nachher upgraden kann. Also von dem einfachen Weg zur vierspurigen Schnellstraße. Was den Vorteil hat, du kannst dir entweder gleich am Anfang eine teurere Straße bauen oder du sparst am Anfang das Geld, baust dir einen billigen Weg, musst ihn dafür aber nachher teuer upgraden. Was negativ vorkommt, ist, dass es einen zweiten Straßentyp gibt. Also es gibt normale Straßen und es gibt sogenannte Hauptstraßen. Das Problem ist, man kann die normalen Straßen leider nicht zu Hauptstraßen machen. Das heißt, man muss im Prinzip diese Hauptstraßen gleich am Anfang mitplanen. Und diese Hauptstraßen sind, da ist die billigste Ausbaustraße so teuer, dass man sich im Prinzip gleich am Anfang, wenn man gescheit planen will, total verausgabt. Und eigentlich schon mal in den roten Zahlen ist. Da hätte ich vielleicht gesagt, okay, da hätte es eine Möglichkeit geben sollen, die normalen Straßen dann auch zu Hauptstraßen und so weiter abzubauen. Dass man vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt die normalen Straßen zur hohen Dichte gebaut und jetzt kann ich die upgraden zur Hauptstraße mit geringer Dichte. Sodass ich dann im Prinzip die Häuser zwar wieder down kriege, aber trotzdem nachher eine Hauptstraße ab. Weil die Hauptstraßen sind deshalb relevant, weil bei denen nachher die einzigste Möglichkeit ist, U-Bahnen zu bauen oder Straßenbahnen zu bauen. Auf einer normalen Straße kann man keine U-Bahnen bauen. Ja. Was interessant ist, das hat mich hier in Stuttgart irgendwie nie jemand gesagt. Hier fahren die normalen Straßenbahnen auch durch die kleinsten Gassen. Oder in Karlsruhe, noch viel schlimmer, da fahren die einfach so quer irgendwo rum. Durch die Wallerei. Ja. Da kann ich im Grunde auch direkt anknüpfen, das stimmt. Also das ist schon ein Manko, was man da hat. Man kann ja noch nicht mal sagen, okay, ich pflaste jetzt im Grunde einfach da drüber. Also es gibt ja diese schöne Upgrade-Funktion für Straßen, wo man dann sagt, okay, an der Stelle möchte ich die jetzt trotzdem zur Hauptstraße ausbauen. Und pflaste sie drüber, geht auch nicht. Also man muss es wirklich komplett abreißen und muss dann die Hauptstraße bauen. Und das ist ziemlich nervenaufreibend, weil man muss auch dazu sagen, dass diese kleinen Straßen und diese Hauptstraßen unterschiedliche Empfehlungsgrade haben. Also eine Hauptstraße hat, generell wenn man eine Straße baut, kann man mit dem Mouse-Over angucken lassen, was eine optimale weitere Straßenanbindung wäre. Also gerade wenn man Bögen hat und möchte gleichmäßige Bögen haben, kriegt man also zwei weitere Pfeile angezeigt, um sagen zu können, hier, da, diesen Bogen, der wäre jetzt empfehlenswert für die Bebauung und so viel Platz brauchen die etc. Das ist bei den Hauptstraßen ja komplett anders. Also im Grunde eine Hauptstraße oder eine kleine Straße hat vom Einflussgebiet so viel wie eine große Hauptstraße. Das heißt, auch da muss man schon wieder rangieren und planen. Das heißt, wenn man ganz viele kleine Rechtecke baut, so wie man es von SimCity ja kennt, das ist ja immer irgendwie so, man baut immer Rechteckmuster, muss man jetzt hier, okay, hier müsste ich eigentlich noch einen freilassen und da müsste ich dann und da könnte ich dann die Hauptstraße. Das ist relativ nervenaufreibend. Gerade wenn man den Sparmodus sagt und okay, ich will jetzt eigentlich nur so einen Sandweg haben. Da muss man dann ein bisschen mit planen. Das ist schon... Da kommen wir gerade auch zu einem weiteren Manko. Eigentlich ist es ja interessant, dass alle Gebäude an den Straßen stehen müssen. Ist eigentlich logisch. Ist ja nicht anders. Aber dann ist es trotzdem so, man hat ein großes Gelände, also wenn ich ein größeres Rechteck baue, was ich ausbauen will, dann habe ich halt Gebäude. An den Straßen und habe dann aber eine riesige Fläche frei, die brach liegt. Beispielsweise. Jetzt ist es aber so, ich kann mit der Fläche wirklich nichts machen. Also ich kann dann nicht mal sagen, okay, ich baue jetzt da einfach einen Park rein. Dass ich jetzt da irgendwie sage, okay, alle Häuser haben jetzt einen schönen Hinterhof. Sondern das liegt einfach brach. Ich kann damit nichts machen. Und da hätte ich mir gewünscht, und dafür muss ich auch einen Park, ich muss einen Springbrunnen, ich muss alles an die Straße bauen. Und da hätte ich mir gesagt, okay, dass ich irgendwelche Objekte habe, die ich dann in so einen Eck reinmachen muss. Ja, das stimmt, das ist schon. Das Einzige, was man machen kann, ist, okay, man nimmt einen kleinen Park. Es gibt ja durchaus verschiedene, auch für die verschiedenen Kategorien. Einige sind sehr dünn. Dass man sagt, okay, ich mache diesen kleinen Park, den baue ich jetzt zwischen den Häusern und führe den in das leere Rechteck rein und baue dann groß an. Das ist auch wieder ein schönes Feature eigentlich, dass es für viele Objekte auch diese Upgrade-Funktionen gibt. Halt auch für Parks. Und so kannst du ein Parkelement an ein Parkelement an ein Parkelement und würdest dann in diese Mitte kommen und könntest da ein großes Parkelement ranpacken. Da ist aber dann wieder das Problem, wenn du einen Park der mittleren Schicht baust, da gibt es, glaube ich, zwei Kategorien. Es gibt einmal den die Natur. Sport ist tief, also das unterste, glaube ich, oder? Stimmt, Sport ist das unterste. Natur? Auf jeden Fall gibt es zwei. Du kannst, wenn du für dich für ein Element entschieden hast, kannst du nicht das andere Element ranbauen, der gleichen Schicht. Also das muss dann wirklich für diesen Park der mittleren Schicht, den du gewählt hast, muss in diesem Reiter bleiben und kannst auch nur davon Elemente anbauen. Das finde ich ein bisschen, ich hätte gerne mal Sport und Natur zusammen oder so. Aber geht halt auch nicht. Ja, also es ist sowieso immer auch so eine Abwägung. Baust du jetzt einen Park oder willst du lieber die Gehäuser da stehen lassen? Weil du ziehst ja normalerweise immer erst ein Wohngebiet hoch und dann baust du ins Wohngebiet nachher deinen Park rein. Jetzt hast du da aber schon ein schönes großes Haus drin. Reißt du das jetzt ab, nur damit du deinen Park bauen kannst? Das ist immer auch so eine Abwägung. Aber damit kann man leben. Ja. Viel schwieriger ist es jetzt zum Beispiel, wenn du gesagt hast, okay, ich will meine Straßen upgraden und jetzt hast du dabei ein wichtiges, ein Versorgungsgebäude hingestellt. Beispielsweise eine Feuerwehr oder so weiter. Ein normales Wohngebäude, ein Industriegebäude oder ein Gewerbegebäude, die bauen sich automatisch wieder auf. Eine Feuerwehr oder so weiter, die ist futsch, wenn du die Straße wegreißt. Und das ist etwas, was blöd ist. Und da würde ich mir halt wirklich dieses Upgraden wünschen. Ja, einerseits das oder dass man zumindest sagt, okay, ich kann auch Gebäude verkaufen. Oder so, ja. Also es gibt nur die Möglichkeit, Gebäude abzureißen. Und eine Feuerwehr, eine nicht ausgebaute Feuerwehr kostet alleine schon 20.000 SIM-Dollars. Wenn ich die jetzt noch upgrade mit weiteren Feuerwehrwagen und Feuerglocke und etc., bin ich auch schon mal so an meiner 50.000 dran. Wenn nicht sogar mehr. Habe ich dann den Fehler gemacht und sie an die falsche Straße gebaut und will die jetzt upgraden, dann ist das natürlich ärgerlich. Ich meine, ich brauche die ja nicht unbedingt verkaufen oder so weiter. Aber es wäre halt schön, wenn ich jetzt sagen könnte, okay, ich kann die umziehen oder ich kann wenigstens dann sagen, ich könnte die auslagern irgendwie. Also dass ich nicht sage, okay, ich muss jetzt, weil ich zum Beispiel das Problem hatte, ich habe eine Straße abgerissen mit einer Schule und plötzlich haben alle plötzlich gemerkt, wir haben keine Schule mehr. Obwohl ich die eigentlich nur zwei Sekunden abgebaut habe. Ja, das ist halt auch wirklich. Oder man sagt, okay, ja, das kostet natürlich, so ein Gebäude zu verschieben. Dann sagt man, okay, wenn dieses Gebäude verschoben werden muss, wird nochmal ein Aufpreis, je nach Upgrade-Stufe, von 5.000 bis 10.000 oder so. Das wäre ja auch noch eine Alternative, wo man sagt, okay, das geht auch noch. Was nicht mal das Problem wäre, wäre, wenn ich sage, okay, ich könnte pausieren oder ich könnte einfach eine andere Straße hinten, also wenn ich halt vorne die Straße vorher hatte, könnte ich sagen, okay, ich mache sie jetzt hinten ans Gebäude ran. Wenn das Gebäude immer noch an der gleichen Stelle steht, habe ich einfach woanders hin die Straße langgezogen hätte. Aber das geht eben auch nicht. Das wäre eigentlich die einfachste Möglichkeit. Ja, das stimmt. Und jetzt wollte ich irgendwas sagen und ich habe es schon wieder vergessen. Achso, wo wir schon bei Straßen sind, das, was auch für meiner Meinung nach ein großes Manko ist, das habe ich auch in ganz, ganz vielen Gebieten gesehen, oder besser gesagt Regionen, die ja ihre Gebiete haben, dass es oftmals nur eine Autobahnanbindung gibt für die einzelnen Baugebiete. Ich glaube, da kommen wir gleich dazu. Okay, dann kommen wir da gleich. Du hast jetzt gerade die Region angesprochen und da würde ich erstmal sagen, dass wir ein bisschen den Multiplayer vorstellen, bevor wir da auf die Stärken und Schwächen des Multiplayers einkommen. Also es gibt eigentlich, ich gucke jetzt nicht so, das mit den Stärken des Multiplayers war jetzt einfach nur ein rhetorisches Moment. Ja. Der Multiplayer ist ja im Prinzip ein, ja, es ist kein, es ist ein kooperativer Multiplayer-Modus im größten Sinn. Und zwar ist es so, dass man jetzt nicht wirklich miteinander spielt, sondern, du hast es schon angedeutet, es gibt sogenannte Regionen. Das sind im Prinzip die Gebiete, wo die Städte drin sind. Es ist ja, wir haben ja schon gesagt, die Städte sind an sich kleiner. Trotzdem soll es ja die Möglichkeit geben, Millionen Metropolen zu erschaffen. Und das macht man, indem man im Prinzip eine Region hat, in der mehrere Städte leben. Man könnte sich das vorstellen wie das Ruhrgebiet. Wo halt, da ist Essen, da ist Dortmund, da ist Dresden, das ist alles beieinander und irgendwann wächst es zu. So ist der grobe Gedanke. Und irgendwann ist das halt so eine Megastadt. Oder Los Angeles. Da kann man auch nicht mehr unterscheiden, was ist Hollywood, was ist was. Oder San Francisco, die Bay Area. Das ist sogar das Interessanteste, weil wir beide haben ja auch zusammen in einer Region gestartet, die ich im Prinzip so nach der Bay Area so ein bisschen danach gestalte. Da ist auch so mit Golden Gate Bridge irgendwo mittendrin. Und das sieht alles wunderschön aus. Vor allem, jeder kann aus seiner Stadt ein bisschen rauszoomen. Und wenn man die Karte ein bisschen schwenkt auf seine anderen Stadt, kann man die Nachbarstädte auch sehen. Und genauso wie sie sich auch entwickeln. Das ist eigentlich schön gemacht. Außerdem haben die Städte, wenn jemand anderes da mitwirkt, hat das positive und auch negative Einflüsse. Also eigentlich sollten die Positiven vorziehen. Zum Beispiel ist es so, dass man ein Rathaus baut, das teuer upgradet, um dann bestimmte Boni zu bekommen. Zum Beispiel kann man eine Universität erst bauen, wenn man eine Bildungsabteilung im Rathaus gebaut hat. Hat das aber einer in der Region gebaut, dann kann das jeder in der Region auch verwenden. Das hat einfach den Vorteil, dass man, wenn man geschickt spielt miteinander, kann man so Synergieeffekte nutzen. Das finde ich eigentlich eine tolle Idee. Außerdem kann man es wirklich so machen, dass man verschiedene Städte spezialisieren kann. Beispielsweise, wenn man ganz grob sagen würde, ich würde jetzt eine Wohnstadt machen, wo ich hauptsächlich Bewohner züchte und du könntest eine Industriestadt machen und der Dritte macht eine Gewerbestadt. Dann ist es so, dass meine Sims, die bei mir in der Wohnstadt leben, zu dir in die Industriestadt gehen zum Arbeiten und beim Dritten dann einkaufen. Zwar wäre das eine total stumpfsinnige Planung, weil das wäre die uneffektivste Art zu bauen, aber theoretisch würde es gehen. Viel besser wäre es jetzt zum Beispiel, ich mache eine Stadt, die sich auf Computerships spezialisiert hat, auf Hightech. Ich brauche aber dafür, dass ich das machen kann, brauche ich Erdöl. Du baust zufällig Erdöl an und kannst aus dem Erdöl Plastik machen, was du mir wieder verkaufst. Und ein anderer verkauft oder produziert Erze, die ich auch für meine Computerships brauche. Und so kann man auch wieder Synergieeffekte bauen. Genau, damit braucht man im Grunde die kompletten Produktionsstätten eines Gebietes oder eines Produktionslaufes nicht immer in seiner Stadt, sondern man teilt sich die Arbeit im Grunde und sagt, ja hier, ich habe das Öl mit der Plastikanlage und du hast den Rest, also schicke ich den ganzen Scheiß zu dir und du produzierst es. Und dadurch gibt es aber auch immer wieder, ich kriege alleine schon dafür Geld, dass du ja im Grunde das Öl bei mir ankaufst. Genau. Und das finde ich auch wirklich eigentlich gar nicht so schlecht. Du könntest jetzt das Öl auch natürlich auf dem Weltmarkt verkaufen, würdest da aber weniger Gewinn machen, weil auf dem Weltmarkt ist der Preis schlechter, aber ich kann es günstiger kaufen, als wenn ich es auf dem Weltmarkt kaufen würde. So kommen wir uns beiden entgegen. Genau. Deswegen, das hatte ich ja auch gerade schon mal gesagt, von wegen dieses Auslagern, das was du sagtest, von wegen Industrie und Gewerbe, das funktioniert eigentlich. Ist nur sehr ineffektiv halt. Genau. Und das finde ich halt mit diesen Spezialisierungen halt auch echt gar nicht mal so schlecht. Man hat sich da ein bisschen was durchdacht und man hat da auch überlegt, ja, wie können wir SimCity noch ein bisschen tiefer bringen. Also mich hat es wirklich daran erinnert, bei dem klassischen SimCity war es ja so, du hast wirklich nur ein Gewerbegebiet aufgebaut, ein Wohngebiet und ein Industriegebiet und dann halt irgendwelche Zusatzgebäude, damit es einfach die Stadtsicherheit besser ist. Und jetzt hat man wirklich so einen kleinen Wirtschaftskreislauf reingebaut, der mich so ein bisschen an Arno oder die SimCity, die Siedler oder so erinnert. Also ein Gebäude, was auf das andere aufbaut. Ja, so wirklich so ein richtiger Produktionsverlauf. Genau. Und da kommen wir auch im Grunde schon wieder direkt zum Multiplayer, weil das ist alles Multiplayer im Grunde. Auch diese Spezialisierung, das Auslangen, das ist ja alles schon Multiplayer. Beziehungsweise du musst es nicht im Multiplayer spielen, du kannst auch im Prinzip eine komplette Region allein bewirtschaften. Also da kann, aber natürlich geht es schneller, effektiver, theoretisch im Multiplayer. Genau. Da sind wir nämlich wieder bei dem theoretisch. Das glaube ich wird heute bei SimCity auch noch ein bisschen öfter fallen. Genau, weil damit du das natürlich effektiv machen kannst, musst du dich gut absprechen mit deinen Mitspielern. Und das ist eine wahre Katastrophe in SimCity. Weil erstmal, es gibt keine gescheite Möglichkeit, sich mit anderen zu kommunizieren. Es gibt einen Chat. Allerdings, glaube ich, funktioniert der nur gescheit über die Fremdsliste. Das heißt, du musst die anderen Leute in der Fremdsliste haben. Ansonsten gibt es keine gescheite Möglichkeit, sich zu kommunizieren. Dann müssen die, das Spiel funktioniert so, dass du ja in deiner Stadt auch spielen kannst, wenn die anderen nicht online sind. Das Problem ist, wenn die anderen nicht online sind, wie kannst du den Nachrichten da lassen? Ich meine, das ging jetzt bei uns einigermaßen, weil wir uns dann halt über Twitter oder so kleine Nachrichten geschickt haben. Aber innerhalb von SimCity gibt es eigentlich keine Möglichkeit, da so Tipps zu machen. Nee, gibt es nicht. Und da wäre einfach so ein Benachrichtigungssystem. Also, oder einfach so ein Bulletboard. Hier auf, ich brauche unbedingt Rohstoffe, du baust auch Erd, versuch mal das abzugraden. Oder es gibt ja auch diese Missionsminimission in SimCity, dass man da vielleicht als Bürgermeister für die anderen Spieler auch so eine Mission aufbauen könnte. Ja, das wäre eine schöne Alternative dafür gewesen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das fehlt wirklich. Also, dieser Chat, der wird, glaube ich, nur als gefühlte alle zwei Stunden aktualisiert. Ich habe das mal versucht, auch mit Fremden zu spielen. Das geht völlig in die Hose. Im Grunde gibt es keinen wirklichen Multiplayer in dem Sinne, weil du bist dann dein Einbrödler. Du müsstest sonst, müsstest du alle Städte besuchen, müsstest dann, du kannst ja in dieser Regionsansicht, du kannst die einzelnen Städte dann besuchen und kannst dann gucken. Dann musst du gucken, was baut der. Und du weißt aber nicht, ob der das alles in den Weltmarkt schifft oder nicht. Das ist schon ziemlich kleinwuselig, also damit mit anderen zu spielen, die man nicht kennt, ist wirklich schon eine Nummer für sich. So, dann kommen wir aber zum nächsten Punkt. Selbst wenn du die Leute kennst, ist es relativ schwierig, mit denen zusammen zu spielen. Weil ich will jetzt nicht auf die ganze Problematik, das haben wir in allen anderen Podcasts gehört, dass die Server-Katastrophe sind und so weiter. Das war zum großen Teil am Anfang, im ersten Wochenende, dass man halt da nicht gescheit spielen konnte. Was aber immer noch das Problem ist, ist, wir spielen eigentlich eher asynchron. Also man spielt im Prinzip und das mit dem ganzen Multiplayer-Sachen, das wäre toll, wenn das in Echtzeit ist. Jetzt ist es aber so, du baust was und die Auswirkungen davon kommen bei mir frühestens eine halbe Stunde später. Wenn mich deine Stadt mit dem Server synchronisiert wird und dann dieses Gespiegelte wieder zu mir mit meinem Spielplatz runtergeladen wird. Und das dauert im besten Fall eine halbe Stunde. Jetzt ist es aber so, angenommen wir beide kommen jetzt auf die Idee, wir haben beide gleichzeitig angefangen, wo bauen wir jetzt unser Rathaus auf? Ich habe ja schon gesagt, es gibt so Synergie-Effekte, der eine könnte Bildung machen, der andere könnte Tourismus machen. Jetzt sind wir aber nicht synchron, wir haben jetzt auch keine Chat-Möglichkeiten irgendwie, weil wir ein paar Stunden auseinander sind. So, jetzt hast du dich für Bildung entschieden und ich mich auch. Super, da ist der Synergie-Effekt im Prinzip null und nichtig. Für den Arsch sozusagen. Genau. Dann ist es so, das hast du ja vorher schon angedeutet, es gibt ja Regionen, die sind für zwei bis drei Spieler ausgelegt. Kein Problem, da merkt man nichts. Aber es gibt auch Regionen, die bis zu 16 Städte ausgelegt sind. Oder 16 Städte, sagen wir es mal so. Ich wollte gerade sagen, also 16 Städte, weil Spieler effektiv, das ist dann wieder eine andere Sache. Ja. Also bis 16 Städte ausgebaut sind. Allerdings ist es dann so, dass man doch eigentlich immer nur vier Städte zusammenspielt. Wobei das so jetzt ganz auch nicht, also bei diesen 16er Karten ist es ja im Grunde so, also alle Städte, die mit Straßen oder mit Zügen verbunden sind, sind so in einem Pulk. Das heißt, man hat auf den 16er Karten immer so Viererpulks, die alle miteinander mit einer Autobahn verbunden sind. Es gibt Regionen und Wege, den anderen Viererpulk im Grunde zu verbinden. Sei es nur die einzelne Zugverbindung, die da gelegt ist, die so ein bisschen auf ein Stadtgebiet der anderen Viererregion oder des Vierergebiets übergreift. Wenn man dann also den Straßenverkehr im Rathaus abgegradet hat, kann man ja Züge bauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Verbindungsknoten nehme und einen Zugbau und der andere in diesem Viererpulk auch eine Zugverbindung hat, dann bin ich mit dem anderen Viererpulk über diese Züge verbunden. Das geht nicht immer so. Andere Situationen sind dann halt Häfen, weil die durch den Fluss verbunden sind. Und so kann man dann halt im späteren Spielverlauf, ich sag mal so nach gefühlten 10 bis 20 Stunden, ist man dann soweit, dass man wirklich mit allen anderen 16 Städten zusammenspielen kann. Da muss man aber erstmal hinkommen. Genau, das Zusammenspielen ist jetzt mal, neben dass man zum Beispiel Feuerwehr und so weiter hinschicken kann, was du eigentlich nicht machen kannst mit den anderen Clustern. Weil du kannst keine Feuerwehr per Zug schiffen oder per Schiff. Also ich stelle es mir gerade so vor, fünf Feuerwehrautos auf der Fähre, weil gerade ein Großball auf der anderen Seite des Inseles ist. Das ist ein bisschen problematisch, aber dieses Feature-Feld ist nur beschränkt auf dein Städte-Cluster. Genau. Aber was nicht auf das Cluster ist zum Beispiel der Tourismus, also dass andere Leute zu dir kommen können, um bei dir Urlaub zu machen oder bei dir arbeiten oder bei dir einkaufen. Das geht, aber eben dann erst später durch die Züge und Schiffe und was halt auch zum Beispiel geht, Warentransport. Dass du dann im Prinzip wirklich sagen kannst, okay, man kann mich auch sagen, ich habe kein Wasser mehr, kannst du mir Wasser schicken. Ich frage mich zwar, wie das mit dem Strom schicken funktionieren soll per Zug, aber das sei mal dahingestellt. Zu große Batterien. Ja, wahrscheinlich. Ich schicke dir Solarzellen rüber. Also das ist erstmal so von der Logik her ein bisschen, aber du hast gesagt, 10 bis 20 Stunden. Davor ist die einzigste Möglichkeit, mit dem du mit anderen Clustern interagieren kannst, indem du Geld schickst. Ja, das kannst du immer schicken, genau. Das kannst du immer schicken, aber das ist im Prinzip auch das einzigste. Ja, das ist wirklich das einzigste. Was aber noch der Grund ist, warum man mit anderen Leuten zusammenspielen sollte, sind die sogenannten Großbauprojekte. Oh ja. Dabei handelt es sich zum Beispiel um einen riesigen internationalen Flughafen. Ein Raumfahrtprogramm. Also ich wollte jetzt gerade, mit dem Flughafen wollte ich jetzt erst gerade auf Berlin rumhacken, aber da sehen wir ja, wie so Großprojekte ablaufen können. Ja, wobei so schlimm ist es jetzt bei SimCity auch wieder nicht. Ja, aber ist natürlich auch klar, da arbeiten nur zwei Städte zusammen. Nämlich Brandenburg und, nee, zwei Länder und Berlin. Aber egal. Also das geht erstmal, dann hat man das Raumfahrtprogramm, dann hat man eine riesige Solaranlage, die im Prinzip für das gesamte Cluster und auch ein bisschen drüber hinaus erstmal die gesamten Energieprobleme lösen könnte. Und dann gibt es noch das ganz Schöne, nämlich die Arkologie. Da habe ich noch gar nicht den Vorteil herausgefunden, außer dass sie Einwohner hat. Ja, die Arkologie bringt dir erstmal Arbeiter, genau. Du kannst also im Grunde, die Arkologie ist halt, ja, und bringt dir halt auch Touristen. Also das ist halt das Gegenpardon wieder zu, bringt die Touristen, bringt die wirklich Touristen? Ich müsste jetzt nochmal nachschauen. Ich glaube, ich habe keine Touristen. Aber auf jeden Fall Arbeiter. Ja, und das ist ja auch wieder eine Sache. Mich immer, egal was ich mache, die Leute schreien immer, es sind zu wenig Arbeiter da. Ja. So, baue ich mehr Arbeiter, heißt es immer noch, es sind zu viele Arbeiter da. Ich habe wirklich immer ein Experiment heraus gemacht. Ich habe die gesamte Industrie zerstört, habe nur Gewerbe und nur Arbeiter gehabt und trotzdem sagen die, es sind zu wenig Arbeiter da. Ja, das ist, jetzt kommen wir sogar schon so ein bisschen in die Problematiken von SimCity rein. So eine 1-Millionen-Einwohner-Stadt ist halt auch nicht so eine 1-Millionen-Vorenwohner-Stadt. Ich meine, gut, eine Million ist jetzt weit hochgegriffen, aber 100.000, sagen wir mal 100.000 Einwohner. Es sind nicht 100.000 Einwohner. Sondern? 100.000 Einwohner sind effektiv 5.000 Arbeiter, 6.000 Arbeiter, weil SimCity oder die Glassbox-Engine sogenannte Ghost-Agenten benutzt. Die Glassbox-Engine ist ja das große, tolle, wunderbare Feature von SimCity. Nee, nicht. Da wird im Grunde, soll ja jeder Arbeiter oder jeder Einwohner simuliert werden mit seinem Weg und was er tut. Und er hat Punkte, die er anläuft. Und diese Glassbox-Engine simuliert aber größtenteils nur Einwohner. Das heißt, wenn man 100.000 Einwohner hat, sind davon halt 70% einfach nur eine Zahl. Wenn man dann irgendwann abreißt, weil man Straßen upgraden möchte oder sonst was, hat man dann ein Gebäude mit 600 Einwohnern. Das reißt man ab und effektiv fehlen 3.700 Leute auf dem Zähler unten, weil nicht jeder simuliert wird. Und das ist dann natürlich, ja, wir brauchen Abnehmer, wir brauchen Arbeitsleute, wir brauchen Leute, die arbeiten. Man muss halt darauf achten, dass man, ja, wie man baut. Im Grunde reichen sieben Industriegebäude, ein bisschen Gewerbe, um eine Einwohnerzahl von 50.000 zu bewirtschaften. Weil von diesen 50.000 halt nicht jeder Arbeiter ist. Die Zahl, deswegen, man kann ja, wenn man auf die Einwohner klickt, kann man ja auf den Details sehen, wie viele Arbeiter man hat. Und die Zahl ist halt minimalistisch. Weil einfach, dass es falsch simuliert im Grunde. Und das ist einfach so ein bisschen, was das Problem beim Balancing ist. Man sagt, okay, man braucht eigentlich die gleiche Anzahl von Industrie, wie Einwohner hast. Und das funktioniert einfach nicht. Da ist irgendwo beim Balancing, finde ich, ist da eine Schwäche drin. Ja, das ist einfach generell doof programmiert. Dabei, das sind Sachen, die man sagen kann, okay, das könnte man vielleicht rauspatchen. Ja, das kann man auch rauspatchen. Aber das machen sie halt momentan nicht. Also wahrscheinlich, weil sie einfach noch mit anderen Sachen beschäftigt sind. Ja, gut, das ist wieder eine andere Sache. Also, es ist halt wirklich kurios, weil diese Glassbox-Engine, gut, ich gehe jetzt ein bisschen detaillierter in den Problem. Ja, kein Problem. Wir haben ja Zeit. Ich hoffe doch. Ich meine, deshalb machen wir ja extra nur einen Podcast über SimCity und haken das nicht irgendwie in einen Rundumschlag ab. Weil ich habe wirklich auch das Bedürfnis bei dem Spiel, weil es mir trotzdem, es hat viele Probleme und macht trotzdem Spaß. Ja, das sehe ich nämlich genauso. Also, das, was halt ein großes Problem ist, ist dadurch, dass halt nicht alles simuliert wird, die haben das mit, man hat Fixpunkte, das sind die einzelnen Gebäude und man hat halt diese Agenten, so schimpft es sich bei der Glassbox-Engine, die bestimmte Punkte ablaufen. Und die Einwohner haben keinen festen Wohnsitz, keine feste Arbeitsstelle und kaufen natürlich überall einen, gut, das ist normal. Aber die Leute gehen, diese wenigen Arbeiter, die man hat, also 50.000, man hat 5.000 Arbeiter ungefähr. Von diesen 5.000 hat niemand eine feste Stelle. Das heißt, die nehmen den Job, der gerade frei ist. Und so viel oder so oft wechselt man in seiner Simulation ja eigentlich nicht den Job. Also, man geht ja normalerweise davon aus, dass man durchaus zehn Jahre in seinem Job bleibt. Das ist dann nicht der Fall. Die ziehen auch einfach wahllos in ein freies Haus. So kommen auch ganz viele Verkehrsprobleme auf, weil die ja natürlich alle zeitgleich Feierabend haben, ungefähr. Und die fahren dann alle zu einem Haus, weil das gerade frei ist. Und wenn die ankommen, dann ist das Haus aber besetzt, weil der Erste ist natürlich da und der hat das Haus belegt. Und somit gibt es dann ganz viel Stau und Verkehrsprobleme, weil die alle irgendwie keinen straffen Weg haben. Was auch zum Beispiel ein anderes Beispiel ist, ist ja, man hat ja auch nicht nur Einwohner, also Bewohner, sondern man hat ja auch so Sachen wie Müllabfuhr oder Schulbusse. Und das ist ja im Prinzip, das resultiert ja auch daraus. Dann kann es halt sein, dass nachher sieben Schulbusse alle um ein Haus rumfahren. Weil da halt dieser eine virtuelle Bewohner ist, der ein Schulkind hat. Ja. Und das ist halt noch eines der größten Probleme, glaube ich, das SimCity hat. Das ist dieses, es ist nicht transparent genug. Also es macht viele Sachen, wie ich finde, wirklich richtig und macht auch, wie du ja auch sagst, massiv Spaß. Aber solche gerade Verkehrsprobleme sind wirklich eine Sache, die mindern den Spielspaß. Weil man hat, es kommt darauf hinaus, dass man wirklich eine Effektivität haben muss, indem man einfach Rechtecke baut. Und dafür ist zwischenzeitlich die Landschaft viel zu schön in SimCity, als dass man sie einfach mit blöden, schnöden Rechteckmustern kaputt macht. Ja, vor allem, weil sie dir ja auch extra ein Werkzeug dafür an die Hand gelegt haben. Du kannst ja wirklich Straßen in jeder beliebigen Form mittlerweile machen. Ja. Und dass du das halt nicht nutzen kannst. Also ich habe mir auch bei meinem ersten Stand, ah, schön ausgestellt. Ja, ich mache so einen Kreis, wo ich in der Mitte dann ein Gewerbegebiet hochziehe. Und Pustekuchen, du kriegst da gar keine gescheiten Gebäude hin. Nee, geht auch nicht. Weil Umrundungen, da baut sich so gut wie keiner an. Nee. Und die haben jetzt bis vor einem Patch, haben sich die Arbeiter auch immer den kürzesten Weg ausgesucht. Egal, was gekommen ist. Also wenn die Straße krabbelt voll war, sie haben trotzdem diese Straße genommen. Das haben sie jetzt rausgepatcht. Das funktioniert einigermaßen. Man hat es immer noch, dass man viele Staus hat, aber es funktioniert schon besser. Und auch war auch so, dass das Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen, die fahren nicht über Rot. Also in jedem normalen Land mit Blaulicht, ein Fahrzeug, das fährt da drüber, das gibt es nicht. Also die bleiben an der roten Ampel stehen. Und wenn sie rechts abbiegen, biegen sie auch mit allen anderen 6000 Autos, die da simuliert werden, biegen die rechts ab. Das Ergebnis ist, mein Wagen ist direkt aus der Feuerwehrausfahrt rausgekommen. Zwei Häuser weiter, brennt aber ein Haus runter, aber ich komme nicht hin. Ja. Und das ist wirklich problematisch. Das haben sie jetzt ein bisschen rausgepatcht. Wie gesagt, ich habe es auch selber gespürt, es funktioniert einigermaßen besser. Je voller eine Straße ist, desto unbeliebter wird sie zu diesem Zeitpunkt und die Autos suchen eine andere Route. Das ist praktisch. Ja. Das, was sie auch rausgepatcht haben, und da bin ich sehr froh, Straßen mit einem Strau. Und da ist gerade an dieser Straße die Feuerwehr dran. Wenn ein Feuerwehrwagen raus wollte, hatte der keinen Vorrang. Das heißt, der musste warten, bis dieser Stau weg ist und kam dann erst raus. Mir sind schon zwei ganze Gebiete abgefackelt deswegen, weil der Feuerwehrwagen nicht rauskam. Das haben sie rausgepatcht. Feuerwehrwagen, wenn sie Einsatz haben, kommen auch in einem Stau raus. Zwar nicht weiter, aber raus. Ist ja schon mal etwas. Ja. Also ich meine, das wäre in meinem Fall gar nicht so schlimm gewesen, weil ja auf der anderen Straßenseite war ja das Haus, was gebrannt hat. Der musste ja nur rauskommen. Ja, aber mittlerweile nutzen gerade Einsatzfahrzeuge, nutzen jetzt auch alle Spuren. Und nutzen sie auch besser. Es ist immer noch nicht perfekt, aber es funktioniert ein wenig besser. Das ist schon. Also sie arbeiten dran. Und das finde ich ja auch wieder das Schöne. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, es gibt ja Möglichkeiten angeblich, um den Verkehr zu beruhigen. Also Straßenbahn ist eine Sache. Das ist schön und gut. Was anderes ist zum Beispiel Park-and-Ride-Parkplätze. Hat bei dir jemals irgendein beblockter Sim-Park-and-Ride-Parkplatz benutzt? Äh, ich glaube, dass... Außer jetzt die großen Bahnstationen, wo die Leute dann aus der Nachbarstadt reinfahren, wo ein Parkhaus drin ist. Aber so ein richtiges... Ich mache da überall Park-and-Ride-Plätze hin. Aber hat das jemals bei dir jemand benutzt? Also ich glaube, von den gefühlten 3000 Sims, die wirklich auf der Straße sind, haben zwei oder drei das benutzt. Wow. Also die Straßen wurden nicht merklich leere. Also du merkst es, so Park-and-Ride-Plätze, also gerade die großen Busbahnhöfe, die bringen was wirklich am Eingang der Stadt. Also wenn da wirklich Besucher aus anderen Städten kommen, dann fahren die da rein, das bringt was. Ja. Aber in der Stadt Park-and-Ride-Sachen zu machen, damit, das stellt man sich ja so schön vor, okay, da ist das Gewerbegebiet, nicht Gewerbegebiet, das Wohngebiet und dann macht man davor so einen Park-and-Ride-Platz, damit die dann alle ins Industriegebiet mit den Bussen gependelt werden. Busse gucken, bringt geil. Die stehen alle auf dem Stau. Ja. Also das ist, zu dem Stau, den man dann hat, kommen halt noch Busse dazu. Genau. Das ist das Gefühl, was man hat. Eben, man hat im Prinzip sich nur noch verschlechtert. Ja. Also es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn ich auch, Schulbusse bringen gar nichts. Ich lasse ab sofort die Eltern wieder die Kinder zur Schule bringen. Ja. Oder das Gleiche ist auch, wie bringt man Kinder, also Kinder dazu, zur Schule zu gehen? Also im Prinzip baut man ja sich ein Schulbusnetz aus und dann hat man ja so eine schöne Anzeige. Also ich meine, auch die ganzen Anzeigetafeln sind zum Teil für die Katz. Ja. Weil da steht, wie viele Schüler sind angemeldet und welche Schüler sind nicht angemeldet. Dann siehst du da hinten, da hast du erstmal gar keine Anzeige und dann um die Schule herum sind nicht angemeldet. Naja. Aber die müssten nicht mal zur Schule, die könnten über die Straße laufen. Das stimmt. Also es hat noch viele, viele Probleme. Aber das, was ich, also ich bin ja auch in Facebook relativ aktiv und ich schaue auch immer bei SimCity auf die Facebook-Seite. Und es gibt viel, was da kritisiert wird, auch im Forum ist super viel los. Aber das, was ich immer wieder sage und was ich Max es da im Grunde zugute halte, ist, sie sitzen wirklich dran. Also sie versuchen wirklich zu arbeiten. Es gibt viele, die beklagen sich, ja, es wird ja nicht immer alles gepatcht und das ist, reagieren die überhaupt auf die Community? Da ist doch überhaupt gar nichts. Und ich glaube, bei der Flut an Fehlern und Bugs, die da ankommen, können sie es halt auch echt einfach noch nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, haben sie es überstürzt rausgebracht? Ja. Das ist auch, also wahrscheinlich, das ist jetzt auch etwas, was ich jetzt merke in letzter Zeit verstärkt. Wir hatten ja früher immer die große Welle der Videospiele im Oktober, November. Mittlerweile haben wir eine sehr starke Welle auf den März geworfen. Also so viele Spiele, wie wir dieses Jahr im März hatten, hatten wir schon lange nicht mehr. Gefühl, also wirklich auch Blockbuster. Und ich glaube einfach, das machen die jetzt einfach, um die Jahresbilanz jetzt nochmal ein bisschen zu stärken, weil die wird ja jetzt so, im April ist ja dann das Geschäftsjahr zu Ende. Das heißt, alles, was du jetzt noch im März verkaufst, geht noch in die Jahresabrechnung. Was ja auch vorteilhaft ist für die Aktionäre. Und ich glaube wirklich, da war man einfach so, Leute, das Spiel hätte noch zwei Monate gebraucht, aber es muss jetzt rauskommen. Ja. Und ich muss jetzt noch im März. Ja, genau. Und man hat, es gab ja zwei Beta-Tests im Grunde und viele Probleme, die in den Beta-Tests aufgetaucht sind, wurden nicht gefixt und sind halt gerade beim Launch des Spiels aufgekommen und kommen jetzt auf. Also, man hadert da wirklich mit sich. Es gibt, wo man sich dann fragt, so, was soll der ganze Quark? Ja, da kommen wir zu einer anderen Sache dazu. Ich habe ja schon gesagt, ich war beim Beta-Test dabei. Ich hatte kein Problem mit dem Beta-Test. Da ging es, ich konnte reinkommen. Ich habe auch jetzt, also ich habe nicht am ersten Tag gespielt, weil da habe ich noch gar nicht so Lust gehabt. Ich habe eigentlich erst am nächsten Tag Lust bekommen, habe mir dann per Origins die Deluxe-Edition gekauft und bin dann reingegangen und bin sofort auf die Server gekommen. Das Problem war, sobald ich drauf bin, ich habe drei Bildschirme gehabt. Entweder hatte ich einen komplett schwarzen, ich hatte einen großen Bildschirm oder ich hatte einen grünen Bildschirm. Diese drei Sachen hatte ich. Am nächsten, dann kam irgendwann ein Patch raus, es ging. Dann konnte ich am Wochenende spielen, dann kam ein neuer Patch raus und ich hatte wieder das gleiche Problem. Aber jetzt ist die Frage, was haben Sie da geändert? Weil ich habe an meinem Computer effektiv seit der Beta nichts geändert und da ging es ja ohne Probleme. Ja, ja, ja. Also da sind auch so Sachen. Also ein paar Sachen haben Sie verschlimmbessert. Ja, genau, verschlimmbessert. Das trifft es wirklich relativ gut. Und eben, ich hätte jetzt wahrscheinlich das Spiel nicht gleich gekauft. Also wie gesagt, ich habe es ja auch gar nicht gleich gekauft. Aber ich habe mich dann so am zweiten Tag hinreißen lassen. Wenn ich die Beta nicht gespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich das Geld nicht ausgegeben. Und bei mir war es okay, kann ja nichts schief gehen. Ich habe die Beta gespielt. Und wenn die Beta bei dir läuft, dann sollte eigentlich das Originalspiel ja auch laufen. So mein Gedanke. Ja, sollte eigentlich. Das sollte regulär so sein, ja. Ansonsten, viele schimpfen ja, ich kann nicht spielen, Server sind voll und so weiter. Das ist ein Problem, mit dem wir auch zu kämpfen hatten. Wobei ich sagen musste, ich hatte jetzt, ich hatte auch beim normalen Spiel kaum Probleme mit den Servern. Aber ich bin auch nie auf den Hauptservern gewesen. Also auf den European West oder East 1 bis 2, die ja wirklich überfüllt waren. Ich habe ja am zweiten Tag angefangen und da hatten sie schon weitere Server aufgestellt. Was aber auch ein Problem ist, du kannst nicht mit deinen Freunden spielen, wenn die nicht auf dem Server sind von dir. Ja. Also du hast zwar die Origins-Friends-Liste, aber sobald du auf den Server bist, heißt es, den Spieler gibt es nicht. Was auch etwas schwierig war. Oder du musst dann auch, damit ich dich einladen kann, musst du auch wieder auf den Server reingehen. Es gibt keine spielübergreifende Einlademöglichkeit. Nee. Das war zum Beispiel mit dir so, als ich das erste Mal mit dir spielen wollte, da habe ich gesehen, aha, er ist auf dem Server. Dann schicke ich ihm da mal eine Einladung. Ich glaube, die gammelt da immer noch rum, weil du nie wieder auf den Server raufgekommen bist. Naja, das habe ich gesehen. Weil ich irgendwann auf den Server dann doch mal wieder raufgegangen bin. Und ich meine, ich zum Beispiel bin seitdem nicht mehr auf dem Server rauf gewesen, weil ich gar nicht mehr weiß, welcher Server das eigentlich war. Ja. Naja, also es... Aber ich meine, da sehe ich so, wenn man schon das alles über die Online-Plattform Origins macht, dann sollte man das aber auch nutzen. Weil dann, wenn das alles über die Fanslist von Origins läuft und so weiter, dann könnte ich ja auch einfach eine Benachrichtigung schicken aus SimCity raus über eine E-Mail oder sowas an, was es ja garantiert gibt in Origins. Was dann einfach sagt, der User hat dich eingeladen auf den und zu ihrem Server. Versuch doch mal da rauf zu gehen oder schreib ihm zumindest, dass du gar nicht auf den Server drauf kommst. Irgendwas in der Art. Also dass du einfach eine Benachrichtigung gibst, dass er dich eingeladen hat. Aber so würdest du ja nie erfahren, dass ich dich eingeladen habe. Oder hattest du halt nur durch Zufall? Ja, nee, ich habe es wirklich nur durch Zufall gesehen gehabt. Und ja, es hat so viele, viele kleine Kinderkrankheiten, die dann doch echt problematisch werden. Wie Origin nicht richtig ausgenutzt. Oder dass man, hey, der spielt SimCity auf dem Server. Alleine das zu sehen, wäre ja schon wesentlich hilfreicher. Das würde schon reichen, genau. Deine Freunde spielen gerade, oder spielen auf dem Server. Jetzt ist es so, ich habe gedacht, geil, wird angezeigt, Wolfs Terror spielt gerade SimCity. Ich also sofort drauf. Ich wusste ja nicht, dass du noch auf anderen Servern spielst. Weil das war auch bei mir am Anfang. Da bin ich einfach auf den einen Server raufgegangen, der mir angezeigt worden ist. Spielt und ich dann so, er steht zwar da, dass er da ist, aber ist nicht online. Irgendwas stimmt da nicht. Das gibt natürlich gleich noch mehr Negative. Ich habe es dann halt auch irgendwann mal, weil ich es nachgelesen habe. Aber jetzt stellen wir mal vor, das sind nicht Leute, die es nachlesen. Und dann ist es kein Wunder, dass nachher SimCity als einer der schlecht bewährtesten Spiele auf Amazon aller Zeiten gilt. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss ich immer wieder sagen, auch wenn viele, viele sagen, so meine Einstellung, ich bin doch volle Sparten oder so. Ich meine, klar, ich habe ein Vollpreis-Spiel gekauft und ich habe ein Spiel gekauft und erwarte, dass es funktioniert. Ich sehe aber, dass dieses Spiel, was nicht funktioniert, wofür ich dann 70 Euro hingeblühtet habe, wird zumindest nachgepatcht. Ja. Und anstatt das einfach so zu lassen. Und das finde ich, man sitzt da, und ich glaube, das Maxis-Team sitzt da sehr energisch dahinter, um wirklich ein wunderbares Spiel weiterzugestalten. Und das ist halt einfach so, klar, ich habe 70 Euro bezahlt, eigentlich müsste man davon ausgehen. Aber es wird zumindestens geholfen. Das ist nicht die schönste Art und Weise, aber es ist zumindestens eine bessere, als man sonst erwarten könnte. Und ich hoffe ja auch noch, dass zumindestens Gebiete integriert werden, die größere Cluster haben und größere Baugebiete. Muss ja nicht viel sein. Aber zum Beispiel, um auf die Regionsansicht zurückzugehen, wenn man eine Region mit 16 Spielern hat und man hat einen Vierer-Cluster voll besetzt und man schaut raus. Man sieht im Grunde seine eigene Stadt mit riesengroßen Hochhäusern und dann sieht man die nächste Stadt mit auch großen Hochhäusern und dazwischen ist nichts. Das ist Fläche, die einfach tot ist. Und das finde ich eigentlich recht schade, weil die Gebiete sind dann so riesengroß, die Rechtecke, die man bebauen kann, so klein und der Platz zwischen dem nächsten Rechteck ist einfach so leer. Da steht ja nichts. Da ist ja okay, vielleicht ist es am Fluss. Okay, dann hat man schon Glück, weil dann kann man sagen, ja, da ist der Fluss zwischen, das muss. Aber ansonsten ist das echt toter Raum und das ist echt sehr schade. Also bei mir ist es so, ich mag das Spiel immer noch. Und also es geht ja genauso. Und auch, ich finde es toll, dass Maxis dahinter steht und so weiter. Ich sehe es nur so ähnlich wie Tom von Giga oder Radio Encounter, wie heißt das, Encounter irgendwas, Random Encounter Podcast, der es treffend gesagt hat, SimCity ist ein Marketing-Fail, weil alles, was sie hätten machen sollen, wäre es, SimCity Online zu nennen. Ja, weil dann wüsste man, okay, es ist wie ein SimCity MMORPG oder MMO SimCity. Irgendwie so in der Art. Weil dann, du kannst damit rechnen, okay, ich meine, okay, online, permanent online sein kann aufregen. Für mich macht das nichts. Ich bin sowieso immer online. Aber das ist eine Sache, über die man sich streiten kann. Aber es ist, beim MMO, da regen sich die Leute schon lange nicht mehr auf, wenn sie bei WOW nicht reinkommen, weil sie eine Warteschleife hat. Ja. Ja, das stimmt. Also es ist ein Marketing-Fail. Also hätte man das einfach mal, und auch, dass es dann nachgepatcht wird und so weiter. Das wäre einfach kein Problem gewesen. Das war einfach nur der, ich meine, sie haben es ja schon nicht SimCity 5 genannt, sondern sie wollten ja schon was Eigenes damit machen, ein bisschen. Und hätte ich wirklich, also man hätte es jetzt nicht irgendwie SimCity Online unbedingt nennen müssen, aber irgendwie das so ein bisschen im Namen, genau, im Spezifizieren. Und das Problem war halt auch, man hat es in der Beta auch nicht. Man hätte es auch zum Beispiel in der Beta ein bisschen mehr rüberbringen können. Ja. In der Beta war es halt das Problem, du hast nur den Singleplayer-Modus gespielt. Also sprich, du hast nur das Tutorial gespielt. Was ja sogar eine kleine Geschichte und so weiter erzählt hat, wovon ich mir gewünscht hätte, dass es da vielleicht auch ein bisschen mehr gegeben hätte, dass man Missionen oder so weiter macht. Und da haben sich natürlich dann einige gedacht, die die Beta gespielt haben, oder Berichterstattung aus der Beta, cool, die haben so einen richtigen Singleplayer-Modus. Dass das nachher eigentlich im Spiel bis auf das Tutorial fehlt, hat das auch ein bisschen diese Beta falsch rübergebracht. Ja, das stimmt. Also das ist viel, wirklich viel. Also da hätte ich dann lieber gesagt, okay, dann hätten wir lieber die Leute mal für ein Wochenende frei spielen lassen sollen, wo sie den Multiplayer, das hätte dann, da hätten die Leute gesagt, okay, jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Es hätte vielleicht ein bisschen weniger Vorbestellung gegeben, das kann ich mir ruhig ausverstellen, aber es hätte bei Weitem nicht so einen Aufschrei gegeben. Und das ist ja das, was jetzt eher Maxis, beziehungsweise wahrscheinlich viel stärker EA schadet. Ja. Kann ich mir denken. Ja, das ist schon... Ach, es ist... Da weiß man zwischendurch vielleicht auch gar nicht, was man dazu sagen soll, weil das ist halt... Es bleibt ein schönes Spiel und ich werde es auch weiter spielen und ich hoffe, dass da auch passende Updates und Patches kommen, die das Ganze wieder rund machen. Wie zum Beispiel die Sims simulieren. Ich habe nichts dagegen, wenn es Ghost-Sims gibt. Nö. Das schaffst du auch gar nicht, also wenn du deine 100.000 drin hast, ich meine, da geht mein Rechner in die Knie. Eben, aber wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt 100.000 Einwohner, diese 100.000 Einwohner davon sind 2.000 Kinder oder 3.000 und die restlichen sind halt Arbeiter. Die muss man ja nicht alle auf den Straßen simulieren, die müssen ja nicht alle überall sein. Das wird auch reinbiegen. Du brauchst halt nur einmal ein Auto, was 30.000 darstellt oder 5.000, das ist ja egal. Aber dann, das heißt einfach nur, die nehmen die Straße, aber dass sie jetzt alle in das Gebäude reingehen, das muss ja nicht sein. Das kann man dann gleichmäßig aufteilen. Eben. Und dass man da halt einfach einen guten Mittelweg findet, dass zum Beispiel von 100.000 Einwohnern vielleicht irgendwann mal so weit kommt, dass wir 50.000 Simulierte haben. Also, dass auch wirklich 50.000 davon arbeiten gehen und nicht nur 3.000. Sodass es halt mehr an den Realismus rankommt. Ich überlege, also das ist eine Sache, was ich auch noch, das Einzige, wo ich mich wirklich aufgeregt habe bei dem Spiel, war die Sache, dass ich die Deluxe-Version gekauft habe. Weil, ähm, das ist, fand ich ein bisschen dreist, also, da ärgere ich mich selbst. Weil, ähm, es gibt die Limited-Version, das ist sozusagen die Standard-Version. Ähm, die ist auch schon vom Preis her sehr gehoben, sagen wir es mal so, für ein PC-Spiel. Aber ich habe dann mich hinreißen lassen, habe dann, äh, gedacht, oh, geil, deutsche und, äh, also deutsche Städte, Berlin, englische Städte, London, französische Städte, geil. Und ich habe mir das natürlich da so, damals in meinem Irrwahn gedacht, okay, du hast dann sogar richtige kleine Szenarios. Was sich nachher herausgestellt hat, ist, ähm, das Französische dabei, äh, ist im Prinzip, du kannst jetzt ein, äh, statt einem normalen, äh, Polizeigebäude, kannst du auch ein französisches Polizeigebäude bauen. Statt, ähm, einem normalen Busstation kannst du jetzt auch eine britische Busstation, das ist noch das, was am meisten bringt. Mhm. Äh, dass du dann englische Doppeldecker hast. Das ist noch das, was wirklich am meisten optisch bringt. Ja, ja. Oder, äh, du kannst, statt einem normalen Bahnhof kannst du einen Schnellzug, einen deutschen Schnellzug bauen. Ja. Was du sowieso nicht siehst. Also wirklich, das Einzige, was wirklich was bringt, ist, äh, vom Optischen noch, äh, die englische, äh, Busse. Das ist, aber da, da habe ich wirklich, äh, 20 Euro mehr gezahlt für dieses kleine Grafik-Gimmick. Ja, das ist schon, äh, es war, betub. Ja, das ist, also das ist das Einzige, okay, ich sage, ich habe es gezahlt, das war jetzt einfach so, ich würde sagen, das ist so die, äh, Kickstarter-Sonderprämie, dass es einfach mehr gezahlt hat und dafür habe ich halt eine kleine Begissung bekommen. Mein Gott, ich habe schon für andere Scheiß Geld ausgegeben. Aber das ist so das Einzige, wo, wo ich dann auch noch sagen kann, da würde es mich nicht wundern, wenn sich dann Leute noch, äh, also was sie nochmal zusätzlich reingesticken haben. Ja. Weil anscheinend ist ja die Deluxe-Version auch nicht schlecht weggegangen. Nö, kann ich mir auch nicht vorstellen. Äh, die Collectors Edition ist auch nicht schlecht weggegangen, aber es ist halt, äh, man fragt sich, ob das hätte sein müssen. Ja, eben. Also, ich meine, wenn ich irgendwie noch ein anderes, ich meine, mit digitalen Sachen, okay, aber wenn, wenn ich jetzt dann wenigstens ein bisschen mehr, äh, wenn ich dann andere Häuser, die dann hochgewachsen, gehabt hätte oder sowas. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, soll das, wenn man bestimmte Gebäude gebaut hat, äh, aus den Sets, soll das auch eigentlich so sein, dass sie nach und nach sich dann zu dem, zu dem Stadt-Set dann im Grunde formatieren. Ich habe es nie erlebt. Ja, das Problem ist, ich habe drei Stadt-Sets ja bei mir drin. Zu welchen Stadt-Sets mutiert das jetzt? Ja, ich glaube, das ist, hast du nicht sogar bestimmte Parks? Ich weiß das gerade gar nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Also, ich habe normale Parks. Das ist klar. Irgendwo gab es, glaube ich, Sonderdinger und, nee, genau. Wenn du, ähm, du kriegst ja auch für, äh, die Spezialisierung, kannst du ja auch auf Tourismus setzen und kannst bestimmte Tourismusgebäude bauen. Und wenn du da zum Beispiel in dem Pariser Eiffelturm, der müsste, glaube ich, in dem französischen Set sein, äh, baust, bauen sich nach und nach die Gebäude zu, äh, französischen Gebäuden. Ah, okay, das, das, das kann natürlich sein. Also, es bringt nur was, wenn ich mich auf Tourismus spezialisiere. Genau. Okay, dann, sag ich mal dahingestellt, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich, das Tourismus... Ich auch nicht, deswegen. Ja, ich konnte mir ein, äh, bis jetzt nur ein, was war es, eine holländische Windmühle leisten. Und man ist ja nur auf, das Problem ist, man ist auf drei von diesen Bauobjekten, äh, fixiert. Man kann nicht mehr bauen. Ja, das stimmt. Das ist, äh, ne, aber Spezialisierung habe ich, äh, habe ich gerade erst eine Stadt angefangen, die will ich auf Tourismus spezialisieren. Mal gucken, wie das dann, wie das dann wird. Äh, aber, äh, prinzipiell, äh, prinzipiell ist es auf jeden Fall ein schönes, schönes Spiel. Mhm. Finde ich. Also auch trotzdem, trotz der Fehler und der Mängel ist es immer noch, trotz Macken und Kanten und, äh, Löchern und Bugs und Fehlern und, äh, was fällt mir noch so ein, ist es immer noch eine schöne Simulation, ähm, gibt nicht das her, was versprochen wird, aber ich hoffe, es kommt halt noch. Ja. Ähm, ihr habt ja schon bei uns so ein kleines Fazit bekommen, wir mögen beide das Spiel, obwohl es immer noch nicht perfekt ist. Jetzt ist die Frage an dich. Würdest du eine Kaufempfehlung dafür aussprechen oder nicht? Also, da habe ich unterschiedliche. Für eingefleischte SimCity-Fans würde ich sagen, wartet lieber noch, ähm, bis es wirklich das hält, was es verspricht. Ähm, Leute, die gerade mit der Reihe anfangen, können sich das durchaus dann tun, gerade wenn sie Aufbausimulationen mögen, à la Anno oder sonst, äh, so Siedler oder Age of Empires. Ähm, SimCity ist da wirklich ein schönes Schmankerl, ähm, es ist ein wunderschönes Spiel, wie gesagt, mit Fehlern, hast du ja auch schon gesagt, ähm, aber für, für neue Anfänger auf jeden Fall ein, äh, ein Kauf, eine Kaufempfehlung. Ähm, so würde ich auch sagen, ich würde sagen, ähm, vor ein, zwei Wochen hätte ich gesagt, lass die Finger erstmal weg, bis die Sache sich mit den Servern und so weiter, ähm, verbessert hat. Jetzt würde ich sagen, wenn ihr was wollt, als Aufbauspiel, würde ich da zugreifen, weil es wirklich, es sieht auch wunderschön aus. Also, du kannst dir verschiedene Grafik-Sätze, da haben wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen, einbauen. Dass es dann zum Beispiel so den Flair hat, wie, äh, wenn man Sherlock, die Serie kennst du ja, äh, da dieses Intro, was dann aussieht wie London als so Spielzeug, äh, oder so wie. Zildschrift. Zildschrift. Einfach großartig. Oder, äh, ein Zapier-Modus, oder so wie Madman, also verschiedenste, die, die machen einfach wirklich, oder ich spiele sehr gerne im Film-Noir-Stil. Oh ja, oder, oder auch, auch, auch der, ähm, der Schwarz-Rot-Filter a la Sin City. Ja. Oh, also die Filter sind wirklich, also es hat viel, viel von der Grafik gemacht. Da haben sie wirklich viel Liebe reingesetzt und man sieht wirklich, die haben sich was dabei gemacht und die haben wirklich Liebe reingesetzt und so weiter. Es ist halt noch nicht hundertprozentig ausgearbeitet. Ja. Aber wenn ihr damit leben könnt, dass ihr ein Spiel, äh, was sich fortentwickelt, dann, ähm, kann ich es empfehlen. Ja. Und, ähm, ich würde sagen, warum, ähm, wir das Spiel beide so toll finden, liegt auch daran, was wir in den Spielen erlebt haben. Und deshalb würde ich mal hervorragend, wir reden einfach mal so über die ausgefallensten Anekdoten, die wir so in Sin City erlebt haben, in den zwei, drei Wochen, die es jetzt draußen ist. Ah, die ausgefallensten Momente. Jetzt muss ich ein bisschen kramen, vielleicht hast du ja schon vorher noch, noch, noch so eine Sache, ähm, die ich hatte, das ist eher eine Katastrophe gewesen, die ich angerichtet habe. Und zwar, ähm, war das so, ich habe eine richtig geile Stadt mit 200.000 Einwohnern gehabt, ähm, schön auf fortschrittlichen Technologieniveau und alles, weil ich auch eine Universität gebaut habe und so, ähm, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, geil, jetzt gehen wir das, äh, die Umweltverschmutzung an, äh, bauen unsere, äh, reißen unsere, äh, verschmutzenden, ähm, Öl- und Kohlekraftwerke ab und bauen dafür ein topmodernes Atomkraftwerk hin. Tja, äh, was der gute Philipp nicht beachtet hat, ist, dass so ein Atomkraftwerk viel Wasser braucht. Hast du, kannst du dir vorstellen, was passiert ist? Überleg mal, was ist passiert? Also, ich hätte, ich hätte jetzt vor, so rein spekulativ in meinem Kopf, bildet sich dieses Atomkraftwerk, was du gebaut hast und was den Wasservorrat so komplett zernichtet hat und das Atomkraftwerk lief weiter und ohne Wasser und war, glaube ich, nicht gut. Das ist gar nicht das Problem, sondern, also, es ist nicht explodiert oder sowas, soweit bin ich gar nicht gekommen, sondern es hat den gesamten Wasservorrat aufgebraucht. Jetzt ist es blöde gewesen. Die Stadt, die ich gebaut habe, habe ich auf so einer schönen Ebene gebaut. Deshalb hatte ich auch genug Platz, alles hochzubauen. Äh, blöderweise war das eine Prärie. Das heißt, also normalerweise ist es so, es gibt da auch Wetter und das Grundwasser wird immer nachgefüllt, indem es regnet. Jetzt regnet es in so einer Prärie leider nicht so. Dann lässt man das natürlich so schnell auf Fast Forward, damit sich die Stadt schön entwickelt. Das Ergebnis war dann, äh, ich bin dann so nach einer halben Stunde wiedergekommen, es ist nichts explodiert oder so, aber meine 200.000 Einwohner haben sich auf 50.000 Einwohner dezimiert. Die sind alle verdorstet. Das ist natürlich auch schön. Das wäre kein Problem gewesen, wenn ich jetzt eine Nachbarstadt gehabt hätte, die mir Wasser anbieten konnte. Aber das hatte ich ja nicht. Das ist ärgerlich. Du hast jetzt eine komplette Geisterstadt da mit Hochindustrie, Computerships und alles wird da gebaut, aber keine Einwohner, weil die alle verdorstet sind. Scheiß. Okay, das ist natürlich schon echt ärgerlich. Aber das ist das, wovor ich lebe und seitdem weiß ich, okay, Atomkraftwerke, nein, danke. Ich hatte mal, ähm, hab auch so eine schöne Stadt aufgebaut und war gerade so in den Anfängen und hatte mein Windkraftwerk, weil ich sehr auf Windkraftwerke lege, falsch gebaut und musste das abreißen. Hat aber vergessen von dem Fast Forward auf Pause zu gehen und hatte dann mein Windkraftwerk abgebrissen, hatte dann die Straßen neu umgelegt, so wie ich es brauchte, hab das Windkraftwerk hingebaut und hatte dummerweise dann eine Klinik ohne Strom und bekam dann in der Nacht die Meldung, ja, Zombies suchen deine Stadt heim und ich dachte so, was, warum und guckte und suchte und alle aus meiner Klinik krochen die kleinen Zombies und verwüsteten dann einfach die komplette Stadt in einer Nacht und ich saß dann, ich kann nichts tun, weil ich hatte noch keine Polizei, ich hatte noch keine große Feuerwehr und das war dann so, hm, ja, Zombies, jetzt habe ich ein Problem. Aber ich muss ja sagen, die Zombies sind ja süß, die hatte ich ja auch schon, die leuchten in der Nacht, das ist so niedlich. Ja. Wenn natürlich dann plötzlich so ein Meer von grün leuchtenden Flecken über deine Karte ist und du in der obersten Zoomstufe bist und nur noch grün siehst, dann ist das doch ein bisschen beängstigend. Ja, auch beängstigend ist, ich weiß nicht, wie ich sie bekommen habe, aber sie waren da, wenn so kleine lustige Untertassen dann ein Stadt heim suchen. Ich hatte Ufos. Hatte ich auch schon. Was hingegen ist, du hast ja auch das Tutorial, also man muss ja das Tutorial spielen, wenn man auf einen neuen Server kommt. Oder zumindest wird es mir empfohlen, einmal zu spielen. Aber da ändert es ja, also das ist jetzt ein Spoiler, ein ganz großer Spoiler. Oder du gehst in die Nachbarstadt und plötzlich wird dir von Meteoren oder Astroiden oder was auch immer getroffen. Und ich so, hey, geil, da haben sie sich was einfallen lassen. Wird ja nicht passieren. Ist bei mir in meiner Stadt auch noch nie passiert. Aber in dieser größeren Stadt, wo wir beide aufgebaut haben, also in der Region, da gibt es ja noch ein paar andere Spieler. Und ich gucke mir einfach mal die andere Stadt an, plötzlich so Meteor. Wumm, wumm, wumm. Der andere Spieler nicht da. Wumm, wumm. Und ich so, ich glaube, ich verziehe mich, ich habe irgendwas angestellt. Der wird sauer sein, wenn ich komme. Wahrscheinlich ist da, ich weiß nicht, wie das läuft, wahrscheinlich ist es einfach so, die Meteore ist dann runtergegangen, als er das letzte Mal online war. Und dann hat sich das einfach unter dem gespeichert. Aber es ist einfach, wenn du da kurz, du willst die Stadt besuchen, weil vom Weiten sieht es richtig toll aus. Und das ist halt wirklich so der Traum, die Traumstadt in unserer Region. Und du gehst da rein, machst die Stadt auf. Wumm, wumm, wumm. Und du so, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Oh, noch etwas. Ein großer Unterschied zu SimCity im Vergleich zu den Vorgängern war ja, dass die Städte nicht auf deiner Festplatte gespeichert werden, sondern online auf den Servern. Das heißt, du kannst keine Zwischenstände machen. Das habe ich auch jämmerlich erfahren, nämlich, wenn man ausreichend Müll abbaut und die Müllhallen groß genug ist, da schalten sich ja immer so kleine, jetzt kannst du die Katastrophe freischalten, die Katastrophe freischalten. Und ich wollte einfach mal sehen, jetzt hat sich ja dieser Monsterziller freigeschaltet. Und natürlich will man sehen, wie die aussieht. Tja, das ist aber blöd, wenn du die Stadt nicht safen kannst. Also du, deinem größten, wahnsinnigen Leistung, das kannst du ja alles gepackt kriegen, sagst du, okay, ich will jetzt den Mega-Eidechse, was es ist, haben, mit spektakulär aus. Blöderweise, wenn du halt in der gesamten anderen Ecke die Müllhalde, weil da läuft deine Strecke, nur schnackst du deiner Müllhalde hin, quer durch dein Rathaus, deine Schule. Ups. Ja, das war mal eine weitere Stadt, die ich auf dem Gewissen hatte. Okay, das ist natürlich. Naja, das sind halt so die Kleinigkeiten, die SimCity echt auch noch nach mehr verlangend machen. Ja, oder was bei mir auch einfach ist, ist so wirklich dieses kleine Micromanagement. Also da ist es zum Beispiel so, du baust und baust und willst dann, jetzt habe ich vor, ich will meine Stadt jetzt einfach zu einer schönen Technologiestadt bauen, baust dann eine Universität und du freust dich dann einfach, wenn du das erste Mal geschafft hast, mehr als tausend Studenten durch deinen Campus zu schleusen. Oh ja. Und da geht dir einfach so ein Herz auf. Ja, jetzt hast du intellektuelle Studenten, äh, Schüler und dann sagen die Bewohner, äh, die Stadtte, wir machen dicht, wir haben zu wenig, äh, ausgebildete Arbeiter und ich so. Was? Ja. Ja, das ist, äh, durchaus manchmal sehr ärgerlich. Ja, aber das waren so negative Sachen, aber es gibt, wie gesagt, ähm, die Grafik-Sachen und das Wuseln, das, ach, ich habe selten ein Spiel gehabt, was so schön gewuselt hat. Oh ja, das stimmt. Also, mal abgesehen auf den Hauptstraßen, da wuselt ich nicht viel, weil die alle im Stau stehen. Ja, genau. Ähm, ja, vielleicht noch ein kleines Abschiedsfazit, was ja eigentlich im Vorfeld zu dem Podcast von dir gekommen ist. So, der Vergleich. Es gibt ja jetzt einen anderen aktuellen, mehr oder weniger aktuellen Aufbau-Klassiker aus Deutschland. Ich rede da von Arno 2070, was ja auch, ähm, jetzt ein Zukunftsszenario hat und damit eher mit Sin City vergleichbar ist. So, was ist, wie ist da dein Vergleich? Also, ähm, von der Thematik her kann man die Spiele relativ gut vergleichen, wie ich finde, ähm, weil es halt auch Micromanagement ist. Es ist gut, Arno 2070 ist mehr auf die Produktion angelegt, aber auch da geht es ja darum, ähm, seine Einwohner zufriedenzustellen, sie dazu zu bringen, ähm, aufzustufen, ähm, mehr davon, bessere Produktionsstätten, etc. Ist ja in Sin City im Grunde nicht anders, ne, man versucht, sie auch zum Aufstieg zu bringen. Daher ganz kurz, da wollte ich nur einweisen, das ist eigentlich der größte Unterschied zu, ähm, den klassischen Sin Citys. Die klassischen Sin Citys waren eigentlich immer Makro-Management. Genau. Und hier gehst du viel weiter unten in die Ebene rein. Ja. Und, ähm, bei, ähm, Sim City ist es ja so, dass die Industrie ja nur gesteigert werden kann durch Bildung und die Einwohner mit den Parks und dann die Dichte, je glücklicher sie sind. Und, ähm, und Arno ist halt, äh, man kann es nicht direkt vergleichen und irgendwie will man es doch immer vergleichen, ähm, ist halt, Arno ist noch, noch Micromanagement-lastiger als Sim City. Und, ähm, ich sag mal, für Einsteiger fängt man eigentlich an so mit Sim City und steigert sich dann in den Anno rein. Mhm. Und hier ist es meiner Meinung nach so, dass es sich ergänzt, ähm, dass, dass, dass Sim City jetzt mehr auf den größten Waren ausgelegt ist und Arno 2070 mehr so für das, für das Kleinstzeug zuständig ist. Und, ähm, sind beides wunderschöne Spiele, splitten sich an einem gewissen Punkt halt, äh, in unterschiedliche Richtungen und, äh, ich muss sagen, also von der Grafik her, auch beide wunderschön, äh, wobei Sim City da für mich auch grafisch gesehen noch ein Tacken besser ist als Arno. Ja, okay, ist natürlich auch ein Ticken neuerer. Also, da kann man natürlich auch sagen. Ähm, bei mir ist es so, ich, äh, hab mir jetzt zwar auch das neue Arno zugeschaut, zugelegt, blöderweise hat das, äh, läuft das bei mir nicht so hundertprozentig, also noch nicht, ähm, ich hab's jetzt auch nur einmal ausprobiert, äh, wahrscheinlich, ähm, spielt da irgendwie die Installationsroutine da von Ubisoft mit ihrem Serverabgleich noch um mir einen Streich, muss ich also nochmal ein bisschen gucken, ob ich das noch irgendwie hingebogen kriege, mit meinem Hardware-Update. Aber, äh, äh, was ich sagen muss, ist, ähm, die Leute beschweren sich jetzt bei Sim City wegen den kleineren Städtgebieten. Das ist so einer der größten Kritikpunkte, die kommen. Ähm, wobei ich sagen muss, bei Arno war es ja immer so, dass wir ja sowieso immer nur auf Inseln beschränkt waren und dadurch musstest du immer kleiner denken. Also immer, immer aufs Kompakte hinaus. Und da muss ich sagen, da hat sich einfach, ähm, würde ich sagen, äh, Sim City sich von Arno inspirieren lassen und einfach das kleinere Gebiet, aber dafür intensiveres Spielgefühl genommen. Was ja im Prinzip bei den alten Spielen, muss ich auch sagen, irgendwann hast du den Blick für die eigentliche Stadt verloren. Ja. Und jetzt hast du einfach die ganze Stadt besser im Blick und musst einfach besser mit der Stadt umgehen, weil es ist wirklich so, du kannst die Stadt innerhalb von einer halben Stunde zuflastern und dann geht es im Prinzip das richtige Managen los. Das, was im Prinzip bei Arno eigentlich das Hauptspiel ausmacht. Genau. Und das gefällt mir. Ja. Das ist auch, das macht auch viel her. Das ist halt, es muss halt auch erstmal den Leuten, ähm, mitgeteilt werden. Dass jetzt im Prinzip nicht mehr das Aufbauen im Vordergrund steht, sondern das Managen. Ja. Ja. So, dann, wir haben jetzt ausreichend, ich hoffe, ihr habt alle so einen kleinen Eindruck bekommen von Sim City, ob es ein gutes Spiel oder ein schlechtes Spiel ist. Das könnt ihr euch jetzt in selbsten Meinung dazu bilden. Ich bedanke mich jetzt hier bei Lukas, äh, dass er dabei war. Du kannst noch ein bisschen was, äh, ein klein bisschen Werbung für dich machen oder für Projekte, die du dir nix planen wirst. Also erstmal möchte ich mich natürlich bei dir bedanken für die Gelegenheit, dass ich mit dir jetzt hier über Sim City... Also ich hoffe nicht das erste Mal, äh, letzte Mal? Ja, ich hoffe, das ist eben so. Also das erste Mal war es ja nicht. Ähm, nee, das erste Mal war es nicht. Ich habe ja schon bei dem Rundumschlag mitgemacht. Ähm, hoffe natürlich auf weitere solche Sessions und vielleicht auch Rundumschläge. Ähm, da sprichst du die Eigenwerbung an? Ja, ich habe ja auch in dem Rundumschlag schon gesagt, dass ich, äh, Chefredakteur bei Die Welt Zockt war, bin, sein wollte. Du warst da, du wolltest es auflösen zum Jahresende? Genau. Ich habe es aufgelöst. Ich muss, äh, ich weiß nicht, ob ich es jetzt bereue oder nicht. Ähm, wir werden aber wieder starten. Wir haben noch kein genaues Release-Datum. Ähm, Die Welt Zockt wird aber wiederkommen. Neue Struktur, neue Konzepte, neues Team. Ähm, also der Reboot der Serie. Genau, der, sag das nicht so. Ja, der Reboot der Serie. Ähm, wenn ihr euch an Battlestar Galactica haltet, kann es nur gut werden. Naja, Die Welt Zockt wird auf jeden Fall wiederkommen. Ihr könnt uns auf Twitter und auf Facebook kontaktieren. Ähm, Die Welt Zockt, so wie man spricht, ähm, gibt es auch schon eine, ein Homepage-Verweis. Und, äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr beim Release, äh, dabei sein würdet. Wir werden natürlich euch informieren, wenn, äh, das soweit sein wird. Gut, dann verabschieden wir uns bei euch. Und, äh, wenn da irgendwann was bei dir, also ich meine, ich lade dich jetzt öfters ein. Das ist klar. Schon allein, damit ich wieder irgendwie so die Österreich-Quote ein bisschen runterdrücken kann. Nichts gegen dich, David. Ich freue mich immer, wenn du dabei bist. Ja, das war's dann für heute und wir sehen uns bald wieder. Oder hören uns, besser gesagt. Ja, das war's dann für heute. Vielen Dank.